Hallo zusammen, grüße euch zum nächsten Trailer am 26.05.2020. Tja, etwas aus dem Hartz-IV-Newsletter. Tablets für SGB-II-Jungen. Chemtrail-Aufnahmen wieder gemacht heute in Landau. Das Facher-Video auf YouTube wurde bei mir gelöscht, beim Haupttrailer-Kanal. Bei den zwei anderen ist es noch vorhanden. Auch alles etwas komisch. Naja, darüber geht es denn im Hauptfilm, den ihr schauen könnt bei Bitshoot, bei VK. Die sich den Trailer bei Webnews.tv anschauen, den entsprechenden Link kopieren, Browserzeile rein, ab damit. Und dann hoffentlich bis gleich. Tschüss.